Das finde ich auch cool, guck mal, jetzt habe ich ja diese normalen Haare, wenn man nicht diese Aura hat. Das wäre auch so ein Wunsch von mir, wenn das irgendwann mal kommt, dass man sich zum Beispiel diese Aura einfach, manchmal kämpft die auch einfach ohne Aura. Ich finde das super, wenn man einfach so die Aura machen kann. Echt? Finde ich schön, dass du so viel konstruktive Kritik hast. Oh ho hoho. Oh ho ho ho! Okay. Okay. Ich dachte, er dreht sich oben. Ich auch. Hat aber irgendwie nicht. Geht's hier gut da hinten? Oh Gott. Attack! Oh oh. Oh. Oh mein Gott. Nein, oh, ich habe nicht genug Ich gewinne